Egal. Kisten kann ich ja kleine leeren. Okay. Mein wird wieder kalt. 3 Grad gerade bei meinen. Alter, wenn die jetzt kalt wird, Junge, ne? Dann hau ich dich. Verraschen. Warum lässt mein Sprinter denn jetzt verstehen? Ist das doof? Nett. Bitter ist aber im Appianzen auch EP-Klick. Bett reinstellen. Musik. Die Palmen bringen echt viel mehr an Holz als die dicken. Ja, bringen die auch. Das ist so lächerlich irgendwie, ne? So, Tür rein. Okay, wir sind gestorben. Loll. Warum das denn? Erst bin ich verrungert. Dann hab ich ganz kurz viel Bären gegessen. Dann bin ich verdusen. Äh, die weißen Bären sollst du auch nicht essen, ne? Ja, genau. Ich kann eigentlich gleich ins Wasser hoppen, aber... Hoppen? Ja, mit zwei Betten. Also drei. Wieso drei? Ja. Das eine, das weit entfernteste nicht nehmen. Wessen ist das? Das ist mein jetzt, da bin ich gerade. Ah. Das ist jetzt darum, weil ich jetzt, äh, ein bisschen auf Tour gehe. Und mich mal ein bisschen umgucke. Was kostet denn eine Kiste? Warum folgt das viel mehr denn jetzt nicht? Was ist denn mit Schüpen kalt? Du stehst direkt neben mir mit einem fucking Feuer, okay? Hm, hatten wir vorher auch. Wir sind zweimal gestorben. Letzten Kalt ist denn das jetzt? Zwei Grad. Zwei Grad. Feuer und Fackel. Ich stelle mich jetzt direkt mit Feuer drauf. Ich mag nicht, dass Folgen geht dir mal weg jetzt mit einmal. Hm, wenn du drauf warst und sowas, dann geht das Folgen weg. Boah, ich ja noch nicht mal. Okay. Das machen wir ganz schnell nach Hause. Ich hab's jetzt gleich wieder. Weil es kalt ist. Ah, wie kalt ist es denn bei euch denn? Keine Ahnung. Warte mal, wo bin ich denn eigentlich? Oh mein Gott. Geht eigentlich, ne? Ich bin noch nicht weit entfernt. Bin bei 75, 80. Was geht eigentlich? Leck doch mal, ganz ehrlich. Hier rauf, leck da. Komm, elf Bären davon. Du kriegst erstmal die ganzen Bären hin, Tuss. Und hier noch ein zweites Lager voll hin. Bist du doch? Ich glaub, der hat das eigentlich nicht gefunden. Ich weiß nicht, dass das Wärme hier wird. Nein, wird's nicht. Das ist das Problem. Doch. Na doch. Äh, mir ist nicht mal so kalt wie vorher. Oh, Minus 3 Grad. Ja, Minus 2 Grad ist nur noch. Oh, ich muss unbedingt die Dächer herstellen selber. Uff, ich stell die einfach selbst her. Ich lern die. Weil ich hier hinten eine größere Hütte baue. Wir alles mal am rumscheißen grad sind. Bock bei denen. Jetzt wird ja gleich wieder Tag. Ach, ach, kacke, ey. Ich stelle nicht dahin. Du bist so kacke, bist das Wissen. Hi, Lenny. Hi. Ich wollte das so wunderschönen. Ja, irgendwie spaßig. Ich hau dich nur mit der Faust, du Arsch. Ja, das ist nur eine Fackel. Auch so bin ich eh fast tot. Loll. Ich hab nicht mehr viel Leben. Ja, da musst du dich auch niemand anders anlegen, Zentos. Mein Sprinter hat körperlich. Kackelein, auch aufboden, ey. Ja, klar. Schweinepfand, hast du das Vieh genannt? Ja, Schweinepfand. Schweinepfand, hast du das Vieh genannt? Der Zentos macht wieder an auf Kinderlieder, Autor. Halt die Fresse. Zentos singt gerne. Halt die Fresse eben. Ey, verpiss dich. Schön gegen Kot. Schade, dass man nicht mit Kacke werfen kann. Kann man aber noch noch machen. Oh, 16 Grad ist das schon. Und Arc beendet. Wieso? Abgekackt. Boah, schlecht. Jo, ich geh wieder nach oben. Arc abgekackt, ich geh wieder nach oben. Na, was hat denn, wenn die so schön ist in dem Winter? Ja, lass'n. Fleisch. Das soll doch nicht vergammeln jetzt, oder? Das ist doch vergammeln, mein Gott. Ich weiß, man braucht ein bisschen Satch. Äh, freu mal mal nicht. Und jetzt startet der Mountain Blade Warband. Ja, wenn Arc abgestürzt ist, dann... Das ist halt Lenny, das weißt du doch. Ja. Ich brauche doch noch ein... Juhuhuhu, Fleisch ist ein dummer Kuh. Na, wo sind denn die Böden? Uff, da. Was wird mir denn dann schon wieder fetscht? Fetscht, fetscht. War schön, wenn man jetzt farm gehen will, dann kann man seinen Viech auch mitnehmen. Hm. Moment, so wie ich das grad geil finde hier. Okay, ich muss fetscht sammeln. Erstmal die Axt kaputt, mal ne neue. Ja, toll. Haust du einmal drauf, jetzt kriegst du zwei fetscht und bam, kaputt. Ich steh grad auch da ne Stück kurze drauf. Ja, breite sie mal. Komm, dann folgten wir mal. Ey, jemand... Oh, willst du meine Schülkröte mitnehmen? Deine Schülkröte doch nicht vorharscht. So. Was sagen hier. Nimm Lenny Sieg da mit. Warte mal, ich... Ich wollte doch Holz ablegen. So. Statt weg. Boah, wer hat denn jetzt das schon wieder geschissen? Hm. Dass der beim Pfeifen nicht kommt, ne? Nö, irgendwie... Watt, was machen wir so ein bisschen rum? Oh, wir haben noch so ein Viertilaser, cool. Oh, was hast du auch ein gemacht? Mach das... Der stellt doch ganz seitwärts her wieder. Achso. Weil dann kann ich jetzt ein zweites Held nehmen und da auch schon was anpflanzen und da den Viertilaser reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob das... ...bleibt. Ja, doch. Wir sind es. Und... Wir sind es. Und da ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 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 komm erst mal in die hütte rein müssen wir eben hier sitzen ich weiß dass ich schwer bin da führt nur holz klar so wie viel wende kann ich jetzt machen noch sechs wände und da habe ich unterlicht so 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 schauen was ein kollege dann macht ich habe zu drehen ja und wird ihnen noch ein bisschen was geben müssen oder nicht ein bisschen zum schlafen bringen schlaf du mal nur noch und macht dich gleich fertig bärchen suchen und du kannst erst mal hin das war klar das ist ein richtiger scheiß muss das war auch machen dass man eine revie markieren hier muss man doch weißt du doch größer reicht jetzt erst mal das gemacht also klar ist mal so das war was jetzt komplett schon zugemacht oder auch lassen noch jetzt noch auf ok ein schildkarte muss ich gleich definitiv töten was fällt dir ein da drauf rum zu laufen wo läuft das denn jetzt ja irgendwann kann das auch nicht mehr lang laufen aber es ist nichts kaputt gegangen hast und tri so ein zweites man haben alter der kann ja ordentlich aber ernten das mist wie ich oder so ein stego glaube ich na ja hab ich gesagt da muss man mal schauen das kann ich sagen dass jetzt so lange muss dass wir immer dagegen so fehlt so nah wie auch komplett ausgetauscht ok das ist schon was zur urzeit papageien also riesenvögel so hast du auch so ein papagei im kopf da oben da oben da oben dieser papagei wäre doch geil der hängt da wirklich fest ich könnte den tame mach doch dann brauche ich ja mal nekotikum dann hängt die ganze Zeit hier schon dran das ist so ein kopf wie viel feil ich glaube ich in den reihen drücken müsste oder ich müsste naja totboxen ja totflitschen höchstens das würde noch gehen k.o.boxen meinst du ja k.o.boxen nicht totflitschen wäre die bessere option dann musst du ruhig ah super da meldet er sich wieder ja du was wissen will äh ich ne ok es ist auch immer so das problem auf das all zu klicken oder wenn ich scheiße von den dodos meinst du ne ja generell oder ne ja bei den dodos nur völlig scheiße bei den dodos ist es ein bisschen blöd finde ich Alter steckt da ernsthaft fest ne so lange hat gebraucht das Ei auch zusammen hast du schon fast wieder hunger hattest um das Ei zu essen ja war auch mein dodo mein gott wär das jetzt du musst dich ja jetzt darum die dodo-familie ja kümmern soll ja so weit weg da hinten ne ja dahin habe ich keinen bock wohin hinten wo der strahl ist ist halt zu weit weg komm wie lange brauchst du denn noch zum tame ah was denn das bild mein gott und ich habe keine narco barrys den unten den nur oben zu halten cheat 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 oder der ist fast fertig getamed aber ich habe keine narco barrys mehr fuck ja steht halt was passiert halt du scheiße ah leider 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 ich wusste nicht dass ich schnell so einen finde und tame hier wieder oder sollte ich den eigentlich töten da gebe ich meine erste überlegen aber zum zweiten zum rumlaufen ist der optimal komm schon komm schon komm schon komm schon mein gott mein wasser mein wasser mein wasser der letzte fleisch schnitte wieder reingeworfen ich bin ein fleisch schnittchen das tut mir viel leben hat der so viel geht hier denn um ich boxe den einfach ich habe die jetzt erstmal geboxt du bleibst sowieso nachher in der station stehen ja das ist ein bisschen mehr nachtikusiert 18 prozent nur minuten noch ja ja die tüte die tüte nicht wieder absteigen ich wollte gerade Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 oder wo ist schick ja eigentlich nicht noch nicht gestorben erlebt das sind hier oben so gestorben stand dort gut ein fresser weniger ich glaube dort ist auch noch ein weibchen das ist also halt so wild ein hässlicher kann ich sie machen geht mir gewaltig auf den sack das andere ist kannst du dir hinterlassen und dann ist eine schickrote lebner das ist gut dein spritzer dass sie da hinten stehen sind so ein deal und so ein dodo kannst du dir schnell erholen als wenn du so ein fettes viech holst das finde ich jetzt darauf und dann den zweig wirklich zu nehmen wir können ruhig beenden ich mach den fertig so nebenbei na gut leute dann würde ich aber sagen sind wir für heute hier fertig und wenn wir sagen bis zum nächsten mal bei tschau tschau tschüss